So, wir sind kurz vor... Findet den Mörder der Königin. Pentarch Corp! Wollt ihr nicht aufladen? Hey, lad doch auf. Meinst du? Das ist für Königin Gephud, Horka. Jetzt müssen wir Schwester Tana finden. Gut. Findet Schwester Tana. Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus für euch jetzt, was ich hier mache. Aber ich versuche einfach nur ein gutes Thumbnail für euch hinzukriegen. Das sieht doch alles scheiße aus. Ja, machen wir mal so. So sieht es perfekt aus. So, jetzt schlaf in Ruhe. Ich habe meinen Vater getötet, um ein Quäntchen Macht zu erlangen. Ich würde euch allein schon der reinen Unterhaltung wegen töten. Ich habe nicht zugehört. Was hat er gerade gesagt? Er will uns allein schon wegen der reinen Unterhaltung töten. Das finde ich aber sehr unfreundlich von ihm. Geht es denn hier lang? Ich bin er blind. Ich bin erzwungen für heute. Ich bin er Nou, da sind hier drinnen. Ich bin erzwungen. Ich bin erzwungen. Das ist hier drinnen. Ich bin erzwungen. Du hast, woher mich bin. Erzwungen, dich不是. Ich bin erzwungen. Geht es dir. Ich bin erzwungen. Ich bin ein Neuker. Ich bin erzwungen. Gut, wir nennen uns den Zier Hoch Ganz langsam Baby, häng dich fest Ach, ich bin in die Falle gegangen Wie hab ich das denn geschafft Peaks Ja, es gibt einen VIP-Club Das nennt sich ESO Plus Hier unten Das ist der Ihr kriegt freien Zugang zu allen DLCs Ihr kriegt alle drei Monate 16.000 Kronen In etwa, glaub ich Die ihr einsetzen könnt Also diese hier, die Ingame-Währung Und Oder waren es 15.400 Zu Ende Dreh Und Ja, Bonus-Zeug Die haben manchmal Sowas hier Diese kleinen Statuetten Die kann man sich jetzt sammeln Die haben sie alle Jeden Monat haben sie so einen drin Jetzt, Dankeschön für die Leute Ich hab schon alle Die es gibt bisher Prinzipiell ist das Spiel ein Pay-to-Play Ihr lauscht Ich schließe die Tür auf Erwacht Exarch Werdet neu geboren Zingales Wohin habt ihr mich gebracht? Der Aschefürst befiehlt es Also werden wir noch einmal leben, Ulfra Ich lebe wieder? Wie? Dank dem Eiskapp-Zirkel Für dieses Wunder, Wehrwolf Und mein Rezeptenhexe Ich wollte nicht respektlos wirken Exarch Zingales Wir werden beobachtet, Bruder Das nächste Mal, Tarda Wird der Aschefürst erwarten Dass mehr als ein Reliquiar Wiederhergestellt wird Jetzt kümmert euch um die Eindringlinge Sonst werfe ich euch den Gram-Unholden vor Kommt heraus, kleines Geber Kommt und spielt mit Schwester Tarda Wie viele von euren Schwestern werde ich töten müssen Bevor ihr aufgebt Wie viele Cola-Gläser müsste ich füllen Um die zu besiegen Ich denke mal eins Ich zieh mal gleich durch Wie viele Addons es gibt Inklusive Kapitel Das ist aber auch sehr geil Die hat aus einem Golem-Konstrukt Also aus einem Maschinenwesen Ein fleischliches Werwolf-Ding gemacht So einen Zauber hätte ich auch gerne Er würde aus meinem PC Einen biologischen Körper herstellen Und der lebt dann auch noch So, warte mal eben Das dauert jetzt mal eine Weile Eins, zwei, drei Vier, fünf Na, ich glaube es zählt nicht Moment Ich glaube ich mache das über die Sammlung Eins, zwei Eins, zwei, drei Vier, fünf Sechs, sieben Acht, neun Zehn Elf, zwölf Dreizehn, vierzehn Fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig Einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig, vierundzwanzig Fünfundzwanzig Es gibt fünfundzwanzig Kapitel und DLCs Also Story erweiterte Inhalte Die Synchronisation kriegt bei mir immer volle Punktzahl Die wäre hier hoch Darf ich ja nicht In Phenorien, was machst du denn hier eigentlich? Du sahst aber ziemlich grimmig aus Stimmt, Scheidung, dass man den Spieler selbst lesen muss und nicht vorgelesen bekommt Dafür kannst du aber auch die Dialekte machen Wofür ich auch eins auf den Deckel bekommen habe Von einem Der mir gesagt habe, ich soll das lassen mit dem Dialekt Aber Gajit, spreche nur mal so Da kann ich nichts für So Ja, wir machen's episch Ja, das höre ich auch öfter Du hältst ganz schön was aus Das ist echt, echt nicht nett von dir Ey, wo bist du? Ach, du sollst eine Knochen-Juriste Das ist doch wieder Das ist doch wieder ein Trick Oh, die fallen ja weh, die fliegen, ganz ehrlich Ganz ehrlich Dromara Shamutani hat bessere Skelette als du Habt ihr nichts Wichtigeres zu tun? Haha, die kann man im Kampf rufen? Okay Ihr seid sterblich Doch eines Tages werdet ihr wie ich sein An diesem Tag Wirdet ihr wahre Qualen kennenlernen Ach, die macht sich unverwundbar Die macht sich einfach unverwundbar Das kann doch nicht wahr sein So, folgt mir auf Twitter und Discord Ich hätte fast Snapchat und Instagram gesagt Aber ich hab das gar nicht Ach, du Scheiße Oh Gott, es ist riesig und es kommt mir zu Ich habe meinen Vater getötet Um ein Quäntchen Macht zu erlangen Ich würde euch allein schon Der reinen Unterhaltung leben töten Tata, du bist ganz schön hässlich geworden Es gibt ja auch so ein Bremssystem bei LKWs Ich glaube, davon wird es abgeleitet Die nennt sich auch ihre Tata Tata, du hast ein Name wie eine Bremse Das finde ich wirklich sehr amüsant Die Lebenden werden mich wieder fürchten Surrende, Beleidigung den Gegner entgegenschmeißen Hört auf, mich zu beschwören Noch eine Hexe für den Scheiterhaufen Setzen wir den anderen beiden nach Tata Du bist gescheitert Und wieder eine weniger Ja, so schnell kann es gehen Wir dünnen so nach und nach die Leute aus Von denen Ja, die halten was aus Also ich empfehle Levelt, wie gesagt, nochmal durch Ich zeig's nochmal Spielt das Spiel Dieses Addon nicht sofort Wenn ihr's macht und dann neuen Charakter aufmacht Um nur um dieses Gebiet zu spielen hier oben Seid ihr des Todes Spielt Sommer's End könnt ihr glaube ich Gut beginnen Ansonsten spielt Aurydorn Meiner Meinung nach Das ist eigentlich Für dich persönlich die beste Stelle Ähm, dann Grünstein Das fängt glaube ich aber in Kanatis Rast hier unten an Also erstmal hier anfangen Dann da durch Dann seid ihr Hier Dann da Und dann hier Und dann In Schniddermark Und ab da seid ihr Level 50 Und dann könnt ihr auch Ich hab den Charakter extra Auf Stufe 49 gebracht Kurz vor Kalthafen Nur um halt dieses Spiel zu kriegen Also Ne, zu kriegen Ich hab's ja sowieso gekauft Aber Nur um das Spiel Voll zu spielen Ich bin außerhalb der Karte Wie ist das möglich? Habt ihr die Karte nicht sauber ausgeschnitten Jungs? Das find ich Nicht gut Max Level ist 2 Äh 800 Irgendwas glaube ich Wart mal eben 810 Champion Level Und dieser Charakter ist Äh 49 Standard Level Also noch nicht mal im Champion Bereich Ah Verdammt Sie sind uns entwischt Ja Das haben Gegner so an sich Ihr habt es auch gesehen Oder Die Wehrwölfin hat die Statue Abgestreift Wie eine Schlange die Haut War sie die ganze Zeit In dieser Steinhülle Und hat nur darauf gewartet Geweckt zu werden Oder hat das Ritual Sie irgendwie In dieses Gefäß Hinein beschworen Es gibt vieles Was ich immer noch Nicht verstehe Achso das waren Statuen Ach und die Statuen Können die Die können die bewegen Naja das macht ihr Doppelgefährlich Was glaubt ihr Ihr hat Schwester Tata Da drin gemacht Sie hat offensichtlich Ein Ritual durchgeführt Erinnert ihr euch An den Altar In Kilkreat Wir haben die Urne Das Reliquiar Und Scherben Von einem größeren Steingefäß gefunden Ich glaube Es waren die Überreste Einer dieser Steinhüllen Ich bin mir nicht sicher Wie genau Doch das hat alles Mit den Gramstürmen zu tun Welche Verbindung stehen Die Steinhüllen Zu den Gramstürmen Ich dachte Das Ziel der Gramstürme Wäre Gramunholte zu erschaffen Doch inzwischen glaube ich Dass sie nur Ein Nebenerzeugnis sind Der Sturm hat Irgendwie Energie gesammelt Mit der die Hexe Dann Ulfra Die Werwölfin Beschworen hat Ulfra scheint zu denken Dass sie wieder Zum Leben erweckt wurde Wieder zum Leben erweckt Ist das überhaupt möglich Ich bin zu dem Schluss gekommen Dass alles möglich ist Wenn Magie im Spiel ist Ich werde mich Mit Lyris umsehen Und dann Zur alten Ionen Zurückkehr Und die Untersuchung Der Rückstände An den Hexendornen Abzuschließen Vielleicht hilft mir das Die Wirkungsweise Des Rituals Zu verstehen Wir können tatsächlich Die Rituale Tatsächlich entschlüssen Indem wir die Rückstände Untersucht Theoretisch Mit meinem Wissen In Sachen Alchemie Und dem Verständnis Der alten Jolin Für Rake Magie Sollten wir gemeinsam In der Lage dazu sein Etwas Näheres herauszufinden Sobald wir wissen Welche Komponenten In dem Ritual Zum Einsatz kamen Wir haben gehört Wir haben gehört Wie sie Exarchen Und den Aschefürsten erwähnte Was bedeutet das Eurer Meinung nach Ich weiß nichts Von einem Aschefürsten Aber Exarchen Dieser Begriff Ist mir schon Bei dem Zwischenfall Am Massengrab In Bancorei untergekommen Es ist ein Rang Aus einer Uralten Armee Ihre Mitglieder Wurden in diesem Ungeweihten Boden Begraben Und ihre sterblichen Überreste Hierher geschmuggelt Die Graue Schar Das war eine Armee Aus Vampiren Und Wehrwölfen Die während der ersten Ära In Hammerfall wütete Es gibt nicht mehr Viele Aufzeichnungen Über sie Und selbst die Grabstätte War ein gut gehütetes Geheimnis Exarch war ein Rang Schätze ich So wie General Okay Erste Ära Hammerfall Die Elder Scrolls 6 Ich soll ja angeblich Ein Hammerfall spielen Könnte also die erste Ära sein Wird interessant Meint ihr Jemand versucht Das graue Schar Wieder zum Leben zu erwecken Ich Ich weiß es nicht Doch das ist der Eindruck Den ich nach dem Gespräch Der Hexe mit den Exarchen hatte Ich wünschte allerdings Wir wüssten mehr über diesen Zingalis und diese Ulfra Und diesen Aschefürsten Deshalb will ich auch Die Ritualstätte untersuchen Gut Sie haben auch Fürsten erwähnt Ja hatte ich gehört Aber keine Ahnung wer oder was das ist Vielleicht wird Fenn aus dem Was wir hier unten gesehen haben Schlau In der Zwischenzeit Gehe ich wieder rein Ich will mir diese Steinhüllen Näher ansehen Die da zurückgelassen wurden Und was soll ich tun? Während Fenn und ich Diese Ritualstätte näher untersuchen Solltet ihr nach Einsamkeit Zurückkehren Und zwar nah darüber In Kenntnis setzen Dass der Mörder ihrer Mutter Tot ist Sie wird das wissen wollen Mehr noch Sie hat es verdient Das zu wissen Ja klar mach ich Ich habe Svaner Im einsamen Troll zurückgelassen Unter der Obhut Des betrunkenen Orks Maok Sofern er meine Ziemlich strikten Warnungen Nicht ignoriert hat Sollte er dafür sorgen Dass die Prinzessin dort bleibt Ich treffe euch in der Stadt Sobald wir hier fertig sind Was hofft ihr Eine Ritualstätte zu finden? Etwas was uns mehr darüber verrät Was der Zirkel Und seine Verbündeten Erreichen wollten Vielleicht etwas Über diesen Aschefürsten Ich würde mich sogar Mit einem Hinweis Zufriedengeben Der auf andere Festungen Hier unten verweist Wir brauchen mehr Um weiterzumachen Warum habt ihr Svaner Im einsamen Troll gelassen? Weil ich der Sicherheit Im Palast nicht traue Vampir oder nicht Der Attentäter Ist viel zu leicht So dicht an die Königin Herangekommen Außerdem fühlt sich Svaner In der Taverne wohl Ich dachte mir Sie braucht etwas Vertrautes Nachdem sie ihre Mutter Sterben sah Gut Ich glaube es ist Ich glaube es ist Ich bin